Die Sonne scheint heute auf unser Haus. Es ist so magisch. Ein Regenbogen trägt mich davon. Oh wow! Die Aufregung in jedem Raum. Was du dir erträumst, ist mit Wahr. Wir können es tun, es braucht gar nicht viel. Nur Vorstellungskraft. Wir spielen ein neues Spiel. Heute ist der beste Tag. Du musst einfach nur sagen. Hallo Trampilla. La 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 la. Mit dir wird mein Traum wahr. In meiner Trampilla. La 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 la. Magisch ist hier jeder Raum. Oh wow! Kannst du's im Traum singen? Kann's auch wahr sein. Stell dir nur vor. Alles was du magst in meiner Trampilla. La 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 la. Magisch ist hier jeder Raum. Los! Auf geht's! Ein Schmetterling auf meiner Nase. Ich bin so glücklich. Ich tanze und die Farben glühen. Sieh die Farben glühen! Die Aufregung in jedem Raum. Ja! Was du dir erträumst, es wird warm. Ja! Wir können es tun, es braucht gar nicht viel. Nur Vorstellungskraft. Wir spielen ein neues Spiel. Heute ist der beste Tag. Du musst einfach nur sagen. Hallo Traumvilla. La 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 la. Mit dir wird mein Traum wahr. In meiner Traumvilla. La 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 la. Magisch ist hier jeder Raum. Oh wow! Kannst du's im Traum singen? Kann's auch wahr sein. Stell dir nur vor. Alles, was du magst. In meiner Traumvilla. La 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 la. Magisch ist hier jeder Raum. Oh ja, los geht's! Wir machen Träume wahr. Oh wow! Lass uns feiern. Oh wow! Sonne scheint. Sonne scheint. Sing mit mir ja. Wir machen Träume wahr. Oh wow! Lass uns feiern. Oh wow! Sonne scheint. Sonne scheint. Sing mit mir ja. Hallo Barbie. Hey Chelsea. Hallo Traumvilla. Hallo Barbie. Zwei heiße Schokoladen bitte. Aber gern Barbie. Wow, cool. Lecker. Ich wusste nicht, dass das geht. Mit der neuen Smart Home App kann die Traumvilla so ziemlich alles machen. Alles? Hallo Traumvilla. Ja Chelsea? Kannst du mir helfen, eine tolle Party für morgen zu planen? Ja natürlich. Das mache ich sehr gern. Warte! Ich... Ähm... Eine richtige Party? Warum brauchen wir eine Party? Morgen ist doch nichts Besonderes los, oder? Doch, ich hab Geburtstag. Ich hab Geburtstag, hab Geburtstag, hab Geburtstag, ja! Wirklich? Bist du sicher? Ich hätte schwören können, der ist erst nächste Woche. Na heim. Hallo Traumvilla. Wann ist mein Geburtstag? Nach meinem Kalender hast du recht. Du hast morgen Geburtstag. Ich hab Geburtstag, hab Geburtstag, hab Geburtstag, ja! Ich hab Geburt... Warte! Du hackst doch irgendwas aus. Äh, ich hab überhaupt keine Ahnung, wovon du da sprichst. Ich habe nichts vor, also ich meine, wieso sollte ich... Oh Gott sei Dank. Hallo Traumvilla, zeig mir bitte, wer an der Tür ist. Barbie, Theresa, René! Verstecken wir uns! Und warum verstecken wir uns jetzt? Wart's ab, ich hab eine Idee. Hm, das ist seltsam. Äh, Barbie hat doch gesagt, dass wir sie hier treffen sollen, oder? Ja, so hab ich's mir eingetragen. Übernachtung! Party? Cool, wie schön! Ein Schwarm von Schmetterlingen! Das sind ganz viele Schmetterlinge auf einmal. Ein großer Schwarm! Ach, das ist wunderschön. Aber wie ist das möglich? Hallo! Hallo! Eure Gesichter! Wenn ihr euch jetzt nur sehen könntet... Ja, total! Wow! Wow! Da habt ihr beide mich aber mächtig reingelegt. Na warte, das kriegst du zurück! Ah! Bleib stehen! Komm her! Schön, dass du da bist. Na klar! Und diese Schmetterlinge? Wo sind sie jetzt hin? Und wo kamen die alle überhaupt her? Das ist alles Teil der Magie der Traumvilla-App. Wir kriegen dich noch! Hallo Traumvilla! Aktiviere Schachbrett! Komm her! Chelsea weiß aber nicht, dass wir... Dass ihr drei hier seid, um mir dabei zu helfen, die tollste Überraschungsparty aller Zeiten für morgen zu planen? Nein, sie hat keine Ahnung, was wir vorhaben. Sie denkt, ihr seid einfach nur hier, um bei uns zu übernachten. Und? Was hast du bis jetzt schon geplant? Ich weiß, dass sie einen Karottenkuchen mit Glasur haben möchte. Und die Dekoration habe ich auch schon ausgesucht. Warte mal, irgendwas fehlt noch. Aber mir fällt's beim besten Willen nicht mehr ein. Lass uns das gemeinsam rausfinden. Haltet sie auf! Seit wann ist sie denn so schnell? Hallo Traumvilla, aktiviere Rutsche! Und ein Bällebad! Wuhu! Ich muss sagen, diese neue Smart Home App ist ziemlich cool. Ziemlich cool? Hallo Traumvilla, fahr uns hoch! Ich muss sagen, diese neue Smart Home App ist ziemlich cool. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja... Untertitelung. BR 2018